60 warten Oh, das wird irgendwie knapp, merke ich gerade Das wird nichts so Das gibt einen Zwangsbremsung Der Zug bremst nicht, beziehungsweise bremst nicht besser 60 warten Also ich habe auf jeden Fall früh genug reingebremst Die Bremskraft, die ich vorgesteuert habe, war auch stark genug Aber man kriegt den Zug nicht in der Zeit runtergebremst Also ein Bremsweg von 1000 Metern hätte für die Fuhre jetzt hier definitiv nicht ausgereicht Aber du siehst ja jetzt, wie lange die Zwangsbremsung schon wirksam ist Und der Zugang